Hallo, mein Name ist Andrea Lauer. Ich habe einen ganz kurzen Text jetzt für euch rausgesucht. Das ist ein Schneeball. Das ist eine Form, einen Text zu schreiben. Der heißt deswegen Schneeball, weil er am Ende runter ein bisschen auf dem Papier aussieht. Man schreibt erst ein Wort, dann zwei, dann drei und das schreibt man bis fünf oder sieben oder egal wie viele Wörter. Und dann geht man wieder runterwärts sieben, sechs, fünf, vier, weniger Wörter. Und dieser Schneeball ist so ein bisschen so ähnlich wie ein Gedicht. Dieser Schneeball, den ich rausgesucht habe, heißt Für Dich. Mein Herz steht in Flammen, wenn du mich ansiehst, wenn deine Augen mich, nur mich meinen, als wäre ich kostbar, das Kostbarste für Dich. Jetzt. Danke fürs Zuhören.